Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute haben wir einen Special Gast dabei, den Marian wieder. Wir machen heute eine Mixed Challenge. Wir wollten eigentlich zuerst eine Gemüse Challenge machen, aber da haben wir uns geändert. Wir haben jetzt andere Sachen dazu getan. Soßen und so weiter. Und eine Obstsorte. Wir werden euch am Schluss zeigen, was wir alles hatten. Und das läuft so auch. Man hat hier die Zettel drin, den Namen von den Gerichten. Und wenn einer das zieht, dann muss er das Bestimmtheit nehmen und einmal reinbeißen und runterschlucken. Und zur Sicherheit hat jeder ein Glas Wasser. Und ja, dann hat jeder auch hier einen Teller und einen Löffel wegen den Soßen und so. Und ja, dann sagen wir mal, wir werden beginnen, oder? Ja, und wir werden dann erst die Zettel machen und das machen. Ja. Okay. Du bist frei, oder? Zettel, 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 Zettel. Okay, 3-0. Er muss jetzt ziehen. Ja. Und dann? Mhm. Oh scheiße! Zwiebel, ja. Also hier! Damit ihr sehen könnt, dass wir alle Zwiebeln prägst. Ja. Okay, also ich habe die Zwiebel. Ja, man muss so reinbeißen, ohne das zu schälen. Ohne das zu schälen. Einfach reinbeißen. Ja. Okay, ein Biss, Leute! Oh no! Geh in die Klammer! Okay! Leute, hier seht ihr noch mal die Zwiebel! Oh no, ich bin nicht im Zwiebel-Fan, aber... Oh shit, Leute! Okay, Roto-Shotten, gell? Okay! Ah! Digga, das ist voll der fette Biss, man! Oh! Alles gut, okay! Nochmal, komm! Jetzt bist du dran! Ich hab die Schale zwischen meinen Zähnen! Rotkohl! Hört ihr, er hat den Rotkohl! Ähm, ja! Der Rotkohl... Warte, man muss das mal so aufmachen! Wie der Rotkohl ist? Ah, geht besser! Ich muss den Rotkohl nicht rein! So, da unten ist noch ein Ding! Oh, das hasst dich, Mann! Schau mal! Wie ist das? 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 Noch ein? Ja, hier rein! Ja! Oh Gott, die Leute, die Zwiebel... Boah, das hat das für einen Biss! Digga, ich hasse diese Schwule Scheiße, Mann! Das muss alles vom Peller weg, gell? Boah, ich hab das nie gegessen, Mann! Ha, 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 ha! Ja, was für noch... Neh, einfach so nehmen! Mhm! Boah! Und, wie schmeckt's? Was ist das? Schlimm, oder? Schlimm, war, Mann! Schlimm! Schlimm! Du kannst Wasser nehmen! Okay! Ich bin wieder dran! Halt die Falle! Okay! Ernst! Neh, 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 neh! Ich weiß nicht, was kommt denn dann... Ach, die! Fuck! Ähm, wir wissen zwar jetzt nicht, wie die Zwiebeln... Aber wie nennt es Zwiebeln eigentlich? Aber ist das ein guten Geruch? Okay? Ja! Ja, nehm... Ja, nehm... Ja, das war für... keine Ahnung! Okay, ähm... Ehm, ein Biss, ja? Ja? Okay... Ich, äh... Ich hab mal von You, von TV und Lokitang... Mal gesehen, dass sie sowas mal abgegessen haben... Und es war fudel-scharf! Okay, mal? Jetzt kommt, also jetzt kommt der Heilgebiss! Äh! Der Sprit voll! Boah, Mann! Der Sprit so! Oh! Und man saust keine Milz! Mmh! Boah! Ja, haha! Okay, ich mach jetzt! Mach's was nicht nach, Mann, ab! Ah, Mann, ab! Mach's was nicht nach, Mann, ab! Ah, Mann, ab! Mach's was nicht nach, Mann, ab! Ah, Mann, ab! Oh, Scheiße! Okay, warte! Oh! Sehr schön tief! Sehr schön tief! Sehr schön tief! Warte, ich ziehe! Okay! Knoblauch, brah! Okay, Mann, hast du einen Triumph auch in der Mund? Boah! Boah! Aber so ist er nicht das gar nicht! Der ist ja ganz, ganz... Ja! Wir sind schon wieder davon! Oh! Oh, du bist geboh... Ist es jetzt nicht scharf? Oh, Gott, ich weiß ja, wo du musst! Was machst du? Ah! Wir sehen uns nach dem kurzen Zeit gleich wieder, Leute! Leute, wir sind wieder da! Der Mariam musste... Hat die Hälfte runtergeschossen und die Hälfte rausgekotzt! Und wir haben zur Sicherheit nochmal Milch genommen, weil das war echt episch, Mann! Und vor allem diese komische Rübe! Leute! Ja! Okay! Wir haben noch... Oh, mir ist das immer so scharf, Mann! Wir haben noch vier Zettel! Okay! Wir haben noch zwei Mal noch! Und wir haben noch diese Vieh dabei! Die... Die Spaß ist! Wow! Ich dachte, hier was kommt! Die Bräuner-Sauce! Leute, ihr seht das nochmal aus! Hier ist der Spiegelverkehrt! Er muss jetzt... Wow! Spiegelverkehrt! Ey, geil! Diese Zigeuner-Sauce! Ja! Ja! Warte, wie wichtig! Schau mal! Oh, ich scharf, Mann! Oh, shit, Mann! Der kommt so ein richtiger Durchzug! Durchzug! Junge, was ist das? Oh, shit! Ich sag mal einen Löffel, weil es auch scharf ist! Ja! Tu einfach so in den Mund ohne aufs Teller! Aber schau in die Kamera! Und Leute, hier... Ich hab das genommen! Ja! Warte, ich mach mal so! Oh, shit! Mir ist so schnell! Ich such kurz vor dem Teller! Ich hab das Gefühl, dass es meine Nase drin war! Ey, mein Ohr! Ich hab das Gefühl, dass es meine Nase drin war! Ey, mein Ohr! Okay, Zitrone! Ah, ist meine Ohr! Okay, Leute! Hä? Zitrone ist nicht mal schlimm, Alter! Ist aber richtig sauer! So wie ein Lämmer, ich hab das... Das heißt... Ja! Ich mach eine Hempel! Nein! Einmal reinbeißen! Nein, eine Hempel! Ist mehr! Dann muss aber nur ein bisschen reinmachen! Ja, ey! Okay, du geh auf den... Dein Teller dahin, weil es wird richtig laufen! So, fuck, Alter! Ich sag, dass du mal die Zitrone... Die Postleer... Ja! Ja, meine... Leute, die... Breden in meinem Mund, Mann! Die... 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 Die Lämmer ist... Nicht wie groß! Und da muss ich ein Biss reinmachen! Ich fühl lieber... Ich fühl lieber Teller hin, Mann! Du musst mich los... Raus... Rauslechtern! Hast du auch Zitrone genommen? Okay! Ah, kann man nicht wissen! Leute, er hat da... Ich hab einen Fokus ein bisschen gemacht. Wie hieß bei der Zwiebel? Ah! Oh, okay! Nein! Deine Face, Alter! Oh, Mann! Willst du es gut nehmen? Oh, Scheiße! Ich hab Chili! Nein! Gammelkartoffeln! Wer vergammelkartoffeln muss essen? Obwohl die niemand vergammelt ist. Ja, aber die schaut vergammelt aus. Ja, und jetzt muss ich die Chili nehmen! Ah, Mann! Ja, Junge! Ja, das ist sehr scharfe Chili! Manche Leute kennen die vielleicht? Ich weiß nicht, ob ich das hochgeladen habe, aber ihr seid ja die Abonnenten, und ihr müsst ihr ja auch fressen. Ja, die klappt man ja schon hier. Ja, also die Kartoffel ist so groß. Okay, ich wollte jetzt den Biss reinmachen. Und zwar hier auf die schöne Seite. Oh, hart! Wie süß ich hart, Mann! Ja, ha, ha, ha! Oh! Wie süß, Alter! Das werd ich auch sagen, tja? Wie süß! Wie süß! Wie süß! Ja, Junge, schau, was ich machen muss, Mann! Ha, ha, ha! Okay, manche Leute kennen das. Ja, ich hab... Ich hab... Ich hab's ein paar Leuten geschickt. Ja. Hier? Ja, das ist an Leute geschickt. Ja, so Freunde. Und ich sag mal, du tust jetzt mal... Ja, mit dem... Mit dem... Boah, ich glaub, die Milch ist leer. Ja. Nee, da ist noch was drin. Äh, kann ich drauf tun? Letztes Mal hab ich schon fast, Junge. Meine Ohren, Mann. Boah! Okay, da hast recht, da hast recht. Pass auf, Junge. Aber... Junge, das ist eh... Boah, Junge, ich schwöre. Okay, wir alle sind schon bei 10 Minuten und es geht nur bis 15. Aber der gilt es nicht, Mann. Okay. Äh, es muss 2 Mal, lieber. Hau rein, hau rein, hau rein, Junge. Hau rein. Hau rein. Alter. Schatz jetzt! Schatz mal, die ist leer! Nimm Wasser, schnell, nimm Wasser! Man, dass es noch schlimmer durch wird. Okay. Dann wird das schlimmer. Ähm, die trinken noch unser Wasser aus und... Dann war es das eigentlich mit der Mixed Challenge, oder? Ja. Und smash die Daumen nach oben, äh... Und, äh, lasst ein Abo da. Und hoffentlich hat euch das Video gefallen. Wir werden, äh, öfters Schöntes machen, oder? Aber ohne die Kiri, Mann. Ja. Und, ähm, wie geht ihr jetzt, ähm, bis dahin? Na? Wie geht's jetzt? Oh, mit der... Ah, wie stimmt, wir wollten ja noch zeigen, ähm, was wir alles hatten. So, einmal hier die Dammelkartoffel. Einmal ein Biss. Dann die Zwiebel. Dann diese Rübe da. Und der Schluck gleich. Dann die Zitrone. Dann die Chili. Die Niemann. Dann Rotkohl. Und die Zigeunersuchen, die Zigeunern. Ähm, ähm, ähm... Ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss, haut rein!